Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bayonetta, wo wir uns jetzt das 16. Kapitel der Lumenweise anschauen werden. Also auf ins letzte Kapitel würde ich dazu mal sagen. Und ich habe wieder das normale Outfit ausgewählt, denn im letzten Part soll sie schon mal das letzte Outfit noch haben, also ihr Originaloutfit haben. Und ich bin wirklich gespannt, was hier auf uns warten wird. What follows those living in the light is nothing but the profound, empty darkness born from the shadow that grows longer is the approach the brilliant rays. To truly see, your eyes must be open to both light and dark. Don't you agree, my dear child? Mommy's here! Mommy's here! Mommy! Little one. You've arrived, my dear, sweet Cereza. My, my! Why the grim face, my dear? As a child, your smile was warmer than the sun. So, you are the last of the Lumenes sages. I am indeed. My name is Baldur. But if you so choose, you may address me as father. There is much you have forgotten. It has been 500 years since we last met. If your memories were still intact, this would have been a much more emotional reconciliation. How did you get the girl? Where shall I begin? We, the Lumenes sages, and your Umbra witches, have long been the overseers of history, each bearing witness with their own eye. This is how our universe is... This is how our universe is... Existence was preserved. However, for 500 years, you have been exiled from the world's affairs. You are the left eye of the eyes of the world. Could you dispense with the riddles and just tell me what these sodding eyes actually are? Your years of slumber have caused you to forget many things. Even as we stand on the verge of the resurrection of the Creator. The resurrection of Jubileus. There is but one way to return your epic of forgotten memories and open your eye of the overseer. Your uncorrupted eye had to be exposed to the history it could not see. Ah... Your battles, your struggles, everything you've experienced in this town has been a stepping stone for your enlightenment. It has all been done for the left eye. I've had enough of your philosophical pretensions. I won't ask again. Where did you get the girl? Hmm... Your question has been answered. All this has been done to awaken the left eye. For that... You had to see yourself... Once more. You are truly beyond salvation... Sage. Ah... Salvation. Such a curious word. I marked the path to salvation with light. However, no matter how brilliant that light grows, the darkness within the human heart grows even darker. Light, dark and chaos between. Three realities once split shall be brought together to create a new universe in the image of the old. To these ends, leading to the festival of resurrection 500 years ago, I found the flames of terror spurring on the witch hearts. However, despite the people's belief in the return of Jubileus, the creator, the left eye was out of reach. Since then, I have devoted myself to this town's prosperity. And now, it is time for my preparations to bear fruit. Jubileus will be resurrected. We will become the eyes of the world. And a new universe will take us. You have to express his soul, however, and too. Huh... Wompi! Ein Großartig, wenn von allen, Exekutiv? Salvation? Licht? Du fährst diese Filosofie entrepreneurisch ein bisschen ernsthaft, nicht wahr? Aber es ist alles Diarrhea des Mund, wenn du mir fragst. Historie ist mit famousen Genocidischen Figuren, genau wie du. Oder, würde ich sagen, die Genocidischen Figuren genocidischen Figuren. Du musst bist Luca, ein Journalist extraordinaire. Ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt, dass du es so weit hast, Kind. Wie Vater, wie Vater, ich glaube. Was? Luca, Luca, Luca. Dein Vater hatte Probleme mit meinen Filosofien. Es ist gut, zu investigieren. Aber wenn die Militärung von Militärung starten, ich muss es sehen, dass sie zu Beginn kommen. Ich bin so nett, dass mein Zufall ist. Ich bin so nett, dass mein Zufall ist, dass mein Zufall ist. Ich eröffne ihn seine letzte Wöse. Und eröffne mich diese... ...undere Zufall. Du wunderschön! Du bist kein Wunsch. Aber ich bin kein Wunsch. Du wunderschön! Ich werde dich zu sterben, in der gleiche Zeit. Luca! Du wunderschön! Nun, ich denke, dass mein Plan direkt aus der Wunderschöne ist. Es ist so ein Wunderschön, dass dieser Wunsch. Aber wenn die Besten nicht in der Zeit, diese Tragedie wird wiederholfen. Und es ist so ein Wunderschön! Sprengend von Tragedie, ich denke, dass du Jean kennst. Während sie dich entfernt und dir von der Probleme hat, nachdem sie in unsere Hande hat sie unglaublich benötig. Obwohl sie eine gewisse, ihre Zerstörung, die Beobachtung, brauchte ein bisschen Die Zeit der Mentalen Reprogrammung. Die Hoffnung des Endes führt dich direkt zu mir, einfach so schnell. Die Zeit für die Wunschung des Leichtes Augen ist bald. Schau dich nicht, mein Lieber, süßes Servizur. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Meine Vermutung war ja irgendwie, dass Serisa das damalige Ich von Bayonetta ist. Und das scheint ja wohl so zu sein irgendwie. Also zumindest ist das so meine Vermutung, die ich so aufstelle. Aber so ganz geschnickt habe ich das immer noch nicht so. Aber ist ja egal. Ah, ah, schade. Oh Gott. Der hat aber auch schnelle Angriffe drauf. Also ich kann mir vorstellen, das ist ein schönes Hardcore-Spiel. Wenn man es wirklich auf hoher Spieligkeitsgradstufe spielt. Es ist schön schwer, wie es auch sein soll. Aber so hat man es ja sowieso gerne. Warte ich jetzt getroffen? Ne, ne? Wieso habe ich jetzt einen Breakdance gemacht? Haha. Wenigstens noch ein Selfie hinbekommen. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Oh, der Zopf pflückt mich aber gerade wirklich sehr gut. So, jetzt aber komm hier ein paar Kombos feuern und dann... Ja, sehr schön, noch ausgewichen. In letzter Sekunde. Ja, und wieder erotisch blank ziehen. So haben wir es doch gerne. Welche Taste muss ich jetzt hierfür drücken? Das ist jetzt die Frage. Achso, war schon die richtige. Schaffen wir, schaffen wir? 1000? Ja! 1200 sogar. Das ist der totale Overkill für ihn in dieser Phase. Ja, obwohl, das wird noch nichts bringen. Noch nicht. Wow. Er hat einen Klimax ausgeschaltet. Das ist schon heftig. Das ist schon echt heftig. Das heißt, wir werden jetzt noch ein paar Phasen mit ihm kämpfen. Also, zu kämpfen haben. Ah! Oh, schnell weg! Schnell rausholen da. Ach du! Hilfe! Also, wie gesagt, der hohe Schwierigkeitsgrad, der wird viel Freude machen, kann ich mir vorstellen. Ich kann auch Annele verstehen, warum sie dann so verzweifelt ist. Was jetzt hier? Achso, nein! Verdammt! Das hätte ich kontern müssen. Ah, da habe ich jetzt nicht so schnell drauf geachtet. Ansonsten wird sich das halt immer und immer wieder holen. Ne? Ah! Aua! Ah! Gott! Der greift aber auch wirklich schnell an hier. Und jetzt schnell angreifen, bevor er sich das anders überlegt. Ja, sehr gut. Das war schon ganz gut. So, jetzt hört er wahrscheinlich wieder so ein Häuschen. Ach nee! Jetzt hört er ein Satelliten. Muss ich jetzt schon wieder irgendwas drücken? Achso! Wie wäre es mal mit springen? Ach, okay! Jetzt bin ich auf einer anderen Plattform. Ja, das ist schon mal gut zu wissen. Oh Gott! Du siehst aber manchmal auch gar nichts hier. Die Kamera, die ist manchmal nicht so vorteilhaft. Aber, hey! Da holen sie nochmal einen richtig coolen Gegner hier raus zum Schluss. Also, das lobe ich mir wirklich sehr. Aber naja, gut. Ich dachte eigentlich, es handelt sich um eine Frau. Ach nee, doch. Die Schöpferin ist ja noch nicht da. Aber, wird man die jeweils überhaupt, jemals überhaupt zu Gesicht bekommen? Das ist die nächste Frage, die sich mir stellt. So, und jetzt kontern wir mal schön hier. Oder klimaxen erst mal. Ziehen wieder schön blank. Und dann bekommt ihr mal wieder was ab hier. So, dann drücken wir auch mal wieder richtig schön X. Oder was müssen wir diesmal drücken? Ja, jetzt probieren wir wahrscheinlich jeden Klimax durch. Und er wird jeden wo erstmal auskontern können. Was eigentlich sehr schade ist. Aber, egal, da kann man halt nichts machen. Wie viel muss ich da eigentlich schaffen? Also, gibt es da auch eine Zahl? Boah! Wie viel gibt es denn da? Holla, wie weit will. Das muss ich aber extrem zugeschlagen haben. Weil ansonsten weiß ich nicht, was das zu bedeuten hat. Naja, er hat ihn aber einfach zu schlagen. Holla, die Waldfee. Ja, erstmal die Frisur richten. Ja, ist schön. Oha, also der Kampf, der hat es wirklich in sich. Ja, diesmal bin ich wohl ausgewichen, mein Freund, wa? Hast du nicht so damit gerechnet, hä? So, was hat er jetzt auf Lager? Okay. Schön ausgewichen. Sehr gut. Ja, immer schön auf den Boden achten. Da gibt es ja manchmal auch Effekte, die... Ah! Ah! Schnell ausgewichen. Oh, geil, 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 geil. Schnell eine Kombo fahren hier. So. Und jetzt wieder weg hier. Ich meine, das ist das Beste, was du machen kannst. Oh, schnell weg. Na. Okay, weg. Ja, so langsam geht es aber. Okay, jetzt holt er wahrscheinlich wieder etwas, was ich kontern muss. Ah, nee, schon wieder so eine Satellitenschlüssel, okay. Die fällt jetzt hier auf uns hinab. Das muss ich wahrscheinlich kontern, oder? Ja, so sieht es aus. So, naja, gut, er kann das auch wieder kontern. Oh, cool, das wird jetzt hier wie bei einem Kampf gegen Gennendorf, dass man das immer wieder kontern muss. Ja, das wird jetzt immer schneller. Ah, okay, das konnte er nicht gegenkontern, das ist cool. Da habe ich ihn schon mal schön zusetzen können, aber er wird natürlich noch nicht genug haben. Das wird noch nicht alles sein. Ja, das war klar, dass er da wieder seine Angriffe rausholt. So, und jetzt... Ah, ah, schade, er hat das schön getroffen. So, jetzt aber hier. Was? Was ist das denn? Ich steuere jetzt eine... Achso, da muss das Ding rein. Hey, Jubiläse! Der Kreator! Gehre dich! Natürlich mit einem Lippenstift! Ich bin jetzt! their die Tatter! Ich bin jetzt! Ich bin jetzt! Ich bin jetzt! Wer, das ist! Ich muss dir die Kredite, Bayonetta. Du kannst dich niemals empfehlen. Du hast nicht gesehen, die halve davon gesehen. Ich habe genug gesehen. Well, das wird es umgekehrt. Nicht noch. Nichts. 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 Was ist mit dir passiert? Und jetzt ist es fertig. Der righte sieht die Licht. Der lefte sieht die Schmerzen. Zwei Augen, um die Welt zu sehen. Es war nie die Frau, wie Bayonetta, die ich meine Augen aufgestellt habe. Es war Sie als Kind. Sereza, die ich gesehen habe. Denn sie war die Frau, die die Welt durch die Innocenten Augen gesehen hat. Und sie war die Frau, die auf eine neue Geschichte geben konnte. Es war ihre Energie, die sie aufgewachsen können. Der leften, ah. Das ist alles gut. Lass uns beginnen, Sereza. Die Zeit ist in der Hand. Die Zeit ist in der Hand. Jetzt wird die Erwärmung des Jubiläuses beendet werden. Wir sind die Augen, die die Welt zu sehen. Wir sind die Augen, die eine neue Welt zu sehen. Eine neue Realität, in der wir uns selbst eternally zerstören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay... Was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Das kam jetzt irgendwie doch ein bisschen unerwartet. Weil ich jetzt nicht damit gerechnet hätte oder habe, wie das hätte ausgehen können. Aber ich bin gespannt. Wie gesagt, meine Information zufolge ist es das letzte Kapitel gewesen. Aber wir haben immer noch einen Angel Attack. Ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Ich bin wirklich gespannt. Also, ja gut. Machen wir nochmal schnell dieses pflichtgemäße Angel Attack. Zack. Und natürlich schön ins Leere hier. Ah, schade. Nicht doppelt getroffen. Naja, egal. Kopfschuss hilft, ne? Kennen wir ja. Haben wir hier noch jemanden? Ah, schade, schade, schade. Ach, na gut, egal. So, brauchen wir eh jetzt nicht mehr 30. Wir gehen ja gut 3000 nochmal als netter Bonus hier. Aber ich bin echt gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Ich weiß es nicht. Das war dann noch nicht das Ende? Oder doch? Wir entfernen uns ja von der Karte. Ach so. Epilog Requiem. Ah, das könnte man vielleicht noch im nächsten Part machen. Genau. Das werde ich nämlich erstmal abspeichern. Und was uns im Requiem noch begegnen wird, das werden wir dann sehen. Und ich hoffe, auch dieses Kapitel hat euch soweit gefallen. Für eure Unterstützung danke ich euch allen. Und deswegen sage ich, beim Epilog namens Requiem sieht man sich.